Musik Die Musik-Fraizeit ist eine bunte Mischung aus Singen, Tanzen, Feiern, Volleyballspielen, Baden. Also einfach Gemeinschaft, die so stark ist und so toll. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. Musik Die Musik-Fraizeit ist prinzipiell für alle, die Lust an der Musik haben und die nebenher vielleicht auch noch Lust haben, ein bisschen nachzudenken und ein bisschen für sich zu reflektieren, ein bisschen über das Weltgeschehen nachzudenken und in den Austausch mit anderen Leuten sind. Musik Ich finde die Musik-Freizeit ist immer eine sehr, sehr coole Gelegenheit. So als entweder ein bisschen erfahrener, aber nicht professioneller Chorsänger oder Instrumentalist in einer Gemeinschaft, in einem Umfeld Musik zu machen, das ich so noch nie woanders hatte. Es bildet sich innerhalb von zwei Wochen oder zehn Tagen eine Gemeinschaft, die für die kurze Zeit insane gut ist. Musik Wir proben klassische Werke und auch moderne Werke, sodass für jeden was dabei ist und führen die dann in vier Konzerten in einem Raum von Augsburg und München auf. Musik Vor allem auch aus der Gemeinschaft, dass man einfach Tag und Nacht miteinander verbringt. Und ich glaube, so kann man dann auch besser, wenn wir dann musizieren. Musik Musik So freedom, freedom, freedom It's what you've got to, got to Learn!